So, ich spiele hier mit meinem Kind jetzt hier. Flausche guckt zu. Unterwasserwelt. Sie hat mich gebeten, ob ich mit ihr ein bisschen spiele. Das mache ich natürlich auch. Ja. Soll ich mal zeigen, wie das mit diesem Leucht funktioniert? Das leuchtet. Also jetzt leuchtet es ja hier erstmal so ein bisschen wahnsinnig. Guck mal. Die sind jetzt umgekippt, die muss ich noch ganz kurz hinstellen. Und die leuchtet doch auch hier, ne? Ja. Die leuchtet so bunt beim zweiten. Sieht man nicht so gut, oder? Ne, sieht man bei denen nicht. Das ist... Das ist doch auch eine irgendwie... Ja, sowieso. Jetzt sehen wir das. Jetzt leuchtet das. Ja, sehr schön. Die Muscheln, ne? Ja, das ist die Muschel. Und das hier noch. Ich zeig mal, wie das jetzt mit Leuchtperle funktioniert. Wie man die hier aktiviert. Also man ist einfach hier so eine Perle. Und dann leuchtet das. Mhm. Beim zweiten Mal leuchtet das so in den Blau. Und beim dritten Mal. Ja, das ist gut. Mhm. Toll, ja. So, dann wollen wir jetzt mal spielen. Mhm. Ja. Ja. Ja.